Das hat versucht, uns zu einem Teil von sich zu machen. Voll eklig. Wow, jetzt brennt's da. Okay. Da kommen wir jetzt definitiv nicht mehr lang. Ach, das ist hier, wo wir vorher lang gegangen sind. Vielleicht ist da jetzt der Weg frei. Ja, tatsächlich, so ist das. Da kommt man jetzt lang und das hier ist zu. Okay. Dann machen wir das halt so. Ah, jetzt ist das auch offen. Voll war das doch nicht, oder? Vielleicht können wir hier mal mit Catherine reden. Halt, da war doch eben was. Wartet mal. Ja, da. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber... Näh, was soll auch passieren? Setzen können wir uns auch nicht. Oh, hier hinten ist jemand. Uh. Wartet. Da. Nee. Ich kann's nicht nehmen. Nee, ich geh lieber weg. Ich mag das nicht, wenn der Bildschirm sich so verändert. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Ich konnte das Schild leider nicht nehmen. Und noch jemand. Meine Güte, ey. Wieso verändert sich dann aber bei dieser Person zum Beispiel nicht der Bildschirm? Das verstehe ich nicht ganz. Irgendwie... ...scheinen die unterschiedlich zu sein. Ist das Wesen hier? Was uns vorher gewirkt hat? Ach, das sind wieder die, die nur hören. Äh, ja doch, genau. Die, die nur hören. Müssen wir wieder vorsichtig sein, dass wir gegen... ...nichts gegenlaufen. Ich versuch einfach mal hier... ...vorsichtig rein. Achso, wir können ja Licht anmachen. Wie gesagt, die hören ja nur. Hier ist schon wieder jemand. Na, das sieht irgendwie nicht so gut hier aus. Aber okay. Hört das, finde ich nicht voll krass, wenn ich so eine Tür auf und zu mache? Fällt mir gerade mal so auf. Komm ich da durch? Nee, oder? Na super. Das hat mir ja jetzt nichts gebracht, hier lang zu laufen, ne? Oder ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Bitte, liebes Vieh, ich komm nicht, wenn ich das jetzt öffne. Geht das da wirklich nicht? Ich probiere es nochmal kurz. Nee. Nein. Nein. Nö. Nö. Ich lasse die Tür jetzt offen. Ich habe Angst, sie wieder zuzumachen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es da gleich rauskommt. Äh, reinkommt. In den Gang. Okay, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Oh Gott. Oh Gott, aber da müssen wir bestimmt durch. Oh Kacke, da kommen wir nicht durch. Oh, okay. Oh, verdammt. Hier kommt man nicht weiter. Und hier unten auch nicht. Hui. Oder ist das zum Verstecken? Vielleicht ist das zum Verstecken gedacht. Wo ist denn das Vieh jetzt da hinten? Okay, wartet mal. Ich glaube, von da kamen wir. Oder, ah, das sind zwei. Das ist das Problem. Das sind zwei. Wo läuft das jetzt lang? Ah, da so links lang. Okay. Na, 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 na. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Scheiße, ey. Ich weiß nicht. Wartet mal. Ich versuche nochmal, auf der anderen Seite an dem Vieh vorbeizukommen und dann da rein zu huschen. Wenn der gerade da rechts dann ist, wisst ihr? Oh, 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 oh. Okay, es kommt weiter. Es kommt noch näher. Rückwärts gehen, rückwärts gehen. Wie weit kommt das? Ich glaube, ich soll mich in dem Raum verstecken, damit ich dann an ihm vorbeischleichen kann. Wenn er gerade hier ist. Oh, scheiße. Ich bin gleich gefangen hier. In der Ecke. Geh jetzt zurück. Geh zurück. Geh. Alter. Nicht gut. Oder ist das doch immer der gleiche? Der nur sehr schnell um die eine Ecke läuft. Okay. Schauen wir mal, wo der jetzt hinläuft. Probier mal, wer jetzt hier rechts um die Ecke steht. Okay, geil. Keil. Geil. Cool. So. Jetzt aber. Oh, das war ja ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Das war ziemlich aufregend. So. Okidoki. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas Interessantes? Eine Tür. Och, kacke. Na gut. Dann halt hier durch. Da geht's nicht weiter. Und da geht's auch schon wieder raus. Oh, scheiße. Hier sind bestimmt noch mehr von den Viechern. Okay. Ah, ich bin schon gebückt. Okay. Halt. Wieso hat sich die Musik jetzt plötzlich verändert? Das mag ich gar nicht. Okay. Hier geht's weiter. Da ist ein Gang. Uh, wartet. Da verändert sich das Bild. Nicht gut. Wartet. Iiii. Ich laufe ganz entspannt, trotzdem gebückt. Okay. Wartet. Ich brauch den Überblick. Wo kommt das Viech jetzt lang? Ah, ich glaub, es hat mich schon vergessen. Ja, vergiss mich. Ich war nie hier. Ich war nie hier. Ah. Oh nein. Okay, aber so kommen wir an ihm vorbei. Wo ist er denn jetzt? Da. Okay. Okay. Wird ja wohl keine Türen öffnen können. Ich hoffe es mal. Oh, da ist schon wieder so ein Ding, das wir greifen können. Okay, das machen wir einfach mal. Wobei hier gerade irgendwo ein Viech in der Nähe ist. Das uns an den Kragen will. Ja, wo ist es denn? Oh, oh. Bitte vergiss mich. Ich war nie hier. Ich bin nicht da. Oh Gott, es kommt gleich vorbei. Aber ich glaub, es hat mich vergessen. Weil es ist voll lange her, dass es mich gehört hat. Wenn es mich denn überhaupt gehört hat. Stehe ich auf irgendwas drauf, das klirrt? Ich glaub nicht. Mann, kann das jetzt mal vorbeilaufen? Kannst dich schon mal ein bisschen beeilen? Ich hab hier noch eine Menge zu tun. Boah, der läuft echt langsam. Vielleicht kommt der auch nie. Ich denke die ganze Zeit, der kommt gleich, der kommt gleich. Ah, okay. Hat wirklich keinen Sinn ergeben, hier so lange zu warten. Aber das kann man ja nicht wissen, ne? Ach nö, da geht's schon wieder weiter? Oder kommen wir von hier? Wir kommen nicht von hier, oder? Oh Gott, dich hab ich voll übersehen. Wartet, ich schau mal eben, was hier noch ist. Ah, das ist die andere Seite von dem einen Gang. Ah, cool. Okay, aber hier scheint nichts weiter zu sein. Okay, dann können wir da jetzt wohl durch. Dann waren wir hier wohl noch nicht. Nee, das war ja auch direkt am anderen Ende des Gangs bei dem anderen Mal gewesen. Der Gang ist, der Neil. Oh, oh. Das hört sich an, als wäre er hier drin. Das ist eklig. Aber ich bin froh, dass mal wieder ein bisschen Monster-Action ist. Monster-Stealth-Action. So, dann geht's wieder raus. Lass mich raus. Oh Gott. Das ist eklig. Ich würd gern mit euch schnacken, ey. Schade, dass das nicht geht hier. Okay. Ist hier wieder ein Viech, oder? Stimmt, oder? Aber wo? Oh Gott. Nein! Ah, verdammt. Ich dachte, so würde es klappen. Aber da habe ich mich voll getäuscht. Boah, habe ich mich erschreckt. Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber es geht uns nicht gut. Es geht uns gar nicht gut. Wo ist denn das Viech aber jetzt? Ist das trotzdem dahinter? Kommt das dann gleich, oder? Okay, wartet. Ich versuche mich vorsichtig... Ah, es ist gerade da hinten. Wartet, ich versuche mal, ob ich... ...hier mich in die Ecke verschanzen kann erst mal. Ja, das hat geklappt. Das war aber auch fies, ey. Direkt vor mir. Okay, da dürfen wir nicht drauf treten. Vorsicht. Das da hinten, ist das zum Heilen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier erst mal... ...zumachen. So. Okay. Viele lange Gänge. Was ist das da? Ich glaube, das ist gar nichts. Nö. Da kann man auch nichts mit machen. Okay. Wo ist hier das nächste Viech? Was? Da ging eine Tür auf. Wo denn? Wo denn? Wo ist das Viech? Das kann ja da durchlaufen. Ist ja unglaublich. Ich wusste nicht, dass ich die Türen aufmachen kann. Aber wieso zur Hölle ist hier nichts? Hier muss doch irgendwas sein. Vielleicht geht das hier doch auf? Nee. Ach, warte. Nee. Hm. Hm. Was soll man denn hier machen? Komm schon. Nee, es geht nicht auf. Äh. Hm. Ähm, 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 ähm. Dann bin ich nochmal an dem Viech vorbei, oder? Ich weiß nur nicht... Ah! Wartet. Was ist das? Huch. 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 Äh. 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 Was? Was habe ich denn jetzt geschafft? Okay, das geht jetzt dahin, weil das natürlich mega laut ist. Okay. Äh. Äh. Ich denke mal, ich gehe zurück. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht so sicher, aber... Ah, okay. Das hier geht jetzt. Okay, alles gut. Sicherheits-Tür aufgeschlossen. Hierzu! Puh. Okay, supi. Das sieht doch ganz gut aus hier. Puh. Neue Welt. Wow. Krass. Okay. Ähm. Kann ich echt da runterspringen? Oder kann ich da durch? Nö. Okay. Okay. Lalo. Super. Und jetzt? Wie bewegt man sich denn hier unten? Da. Okay. Ach so, klar. Ich kann mich natürlich unter Wasser problemlos bewegen, weil ich eine Maschine bin. Ich mache das ja gar nichts aus. Ich brauche nicht unbedingt atmen. Ha, atmen wird sowieso überbewertet. Ha, 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 ha. Na, Mann. Das ist aber hoch hier. So. Schön. Voll cool hier. Okay, sind wir mal vorsichtig, ne? So. Und. Ja, keine Ahnung. Äh, ich gehe mal hier weiter. Und dann. Äh. Hier? Ähm. Das sieht ja nicht so gut aus. Das eigentlich auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich lang soll. Ähm. Okay, wartet. Ich gehe nochmal hier rüber. Tja, gute Frage. Ist aber auf jeden Fall eine Leiter. Vielleicht kann er sich von dieser Seite halt nicht erklimmen. Wartet mal. Ich versuche mal. Ah, ja. Okay. Weiter nach oben. Da ist nochmal eine Leiter. Aber die kann er wieder von dieser Seite nicht hochklettern. So. Dann gehe ich hier mal runter. Und schauen, wo uns das hinbringt. Ich weiß nämlich gar nicht eigentlich, was unser Ziel hier ist. Aber naja. Ich laufe einfach mal dem vom Videospiel intendierten Weg ab. Da geht's runter, oder was? Hm. Naja, okay. Ich mache es einfach mal. Flup. Au. Das kann man wegschieben und dann kommt man hier rein. Okay. Ja, dann. Adieu. Du Ding. Ich gehe jetzt hier durch das Rohr. Hier scheint nichts zu sein. Aber warten wir erstmal an dieser Kreuzung. Eine Tür, die zu ist. Und eine Tür, die auf ist. Ich wähle die Tür, die auf ist. Oh, cool. Heilung. Ja, es ist wirklich Heilung. Sieht man jetzt wirklich. Okay. Warning. Emergency flush. Flush. Kommt jetzt gleich Wasser hier rein, oder? Und wir wurden rausgeflasht. Oder wir sind noch dabei, rausgeflasht zu werden. Oh, wir sind draußen. Das ist doch an sich eine ganz gute Nachricht. Oh. Wer ist denn das? Oh, no. What happened? What did she do? Come on. We gotta get her out of there. Holy shit. Heart blew a VO2 surplus. She sealed the tunnel. She really didn't want to increase the darkness to Omicron. Oh, shit. She's fucking hurt. Her suit is leaking. We have to get her to Omicron. Shit. It's bad. Real bad. Oh, fuck. No. Oh, man. Okay. Da sind wir rausgekommen. Cool. Eigentlich finde ich sowas ja lustig, ne? So aus was rausgespült zu werden. Also, ich meine halt, ich gehe halt super gerne in den Freizeitpark und sowas. Und vor allem die Wasserattraktionen, die finde ich dann auch ziemlich geil immer. Da gehe ich richtig gerne drauf. Huch. Mann, wir bräuchten mal wieder Jeremy. Jeremy, wo bist du? Du bist mein Freund. Jeremy. Let's find out, Omicron. Juhu. Jeremy. Jeremy. Sieht aus, als wären das riesige Minen. Gruselig. Sind das da Roboter, die da rumschwimmen? Oder Fische? Ich glaube, es sind mutierte Fische. Ist ja gruselig. Kann ich hier dran was machen? Ah, Stromausfall. Okay, die sind alle inaktiv sozusagen. Oh, was ist das hier? Hm. Weiß ich nicht. Sieht eigentlich auch aus, wie eines dieser Viecher, über das wir Informationen gefunden hatten. Fium. Oh, ist das da? Ein roter Strahl. Ich bin fasziniert. Oh, das ist ein Seil. Oder? Was soll denn das? Ach, das ist eine Treppe. Oh mein Gott. Okay. Da schauen wir doch mal rein. Mal gucken, was da drin ist. Wir müssten ja auch mal jetzt so wissen, wo wir sind. Das wäre ganz cool. Schlupp, schlupp, schlupp. Schlupp, 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 schlupp. Nee, funktioniert irgendwie nicht. Oh, was haben wir hier? Pressure Pump. Okay. Wer flixt? Geht auch nicht. Und das da? Oh, nichts zu machen hier. Das gibt's doch nicht. Ah. Dann probieren wir doch mal das. Flasch. Oh Mann. Oh, wartet. Vor dem Fluten sind die Ventile zu öffnen und die Pumpe anzuschalten. Ups. Und wie mache ich das? Habe ich das jetzt geschafft oder? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich gucke mal noch hier oben. Ah, okay. Da komme ich momentan nicht lang. Ähm. Momentchen mal, ja? Also. Before flushing, make sure to open walls and turn on the pump. Pumpe the pump. Okay. Huch. Na, Sache mal. Ah, jetzt geht's. Oder ich habe mich vorher zu doof angestellt. Kann natürlich auch sein. So, das. Und das hier. Oder das ging erst, nachdem man das gelesen hatte oder sowas. So, jetzt haben wir die beiden Dinge getan. Jetzt kann ich auf den... Ach so. Jetzt mache ich es nochmal. Jetzt müsste es klappen. Ja, das sieht doch gut aus. Es geht wahrscheinlich auch die Tür auf, ne? Geh. Auf, Tür. Geh. Jetzt. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier?